Willkommen zurück bei Explosion Man. Ich habe auch gerade mal die... Ich habe erst mal die Lautstärke wieder ein bisschen runtergedreht vom Spiel. Das war ja doch die letzten Folgen nicht ganz so die Spende gehabt hätte. Oh nein, klasse, die habe ich schon wieder ganz verdrängt, diese hübschen Ladebildschirme. Besten Dank nochmal. Na und weiter geht's. Ja. Ja, also ich weiß schon wo der land wird, ich weiß nur noch nicht wie ich ihn hinkriege, aber anders werden wir jetzt vielleicht mal sehen. Okay, so nicht. Verdammt. Ach, das sind jetzt Raketen? Ich glaube da kann man was besonderes machen. Oh, so nicht das. Nicht das. Da geht ja schon wieder los, äh, lustig los. Aber so den Kommentaren zu urteilen ist das auch, äh, ah, ganz verabsichtlich so, weil... Zumindest von eurer Seite wird's begrüßt, also die gehen dann schon in die Richtung von wegen, ähm, ja, wann wird's denn mal schwerer? Zumindest bisher, also ich hab bisher auch nur vier Folgen hochgeladen. Und... Ja, da lieb's... Zumindest mal in der Hinsicht auf alle Fälle so. So, kommt man da hoch? Oder wo muss ich jetzt lang? Oh, Kuchen. Nein, 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 nein. Ah, verdammt ich. Tja. Der Kuchen ist wohl hinüber. Ey, ich wollte hier sterben. Verdammt. Hä? Das kann so jetzt nicht sein, man muss hier irgendwie sterben können. Hallo, spiel ich? Dein... Ach, warte mal. Ich bin ja auch blöd. Selbst ist der Mann. Das seht ihr so einfach hier. So. Du... Schießt mal erstmal den Typen ab. Die Brot ist eigentlich auch vorher, der ist halt schon vorbei hier. Und weiter geht's. Ja, so... Ich bereite mich da auch übrigens langsam mal auf den, äh... So, vorstehen. Wie so zum Tattel kann ich da nicht... Verdammt nochmal. Ähm... Ja gut, das heißt natürlich wieder... Komm. Ich bereite mich hier und habe wieder auf den Studienanfang vor und... Ja gut, wenn ihr das hier seht, dann wird das wahrscheinlich schon nicht wieder längst der Fall sein, dass es wieder weiter geht. In Sachen irgendwas lernen und so und... Oh ja, die ist nicht gut. Und... Ja, da werdet ihr wahrscheinlich schon gemerkt haben, wie es irgendwie der Upload bei mir ist. Also wahrscheinlich deutlich langsamer. Also das kann ich schon mal sagen. Inwiefern das abläuft, weiß ich nicht. Also momentan... Die grobe Färmung geht ungefähr dahin, dass jeden zweiten Tag Starm bekommt. Dann, äh, ich jeden... Oder die anderen beiden Tage der... Also die... Oh Gott, ich weiß noch mal. Ja, stopp, jetzt ist der Kuchen. Ich versuche überall, ich mir überhaupt ein paar Sätze, die ich labern will. Also die Idee war bisher, dass jeden zweiten Tag Kino kommen soll. Und die anderen Tage immer abwechselnd dann, äh... Reach und Splosion, ey. Ob ich so durchziehe, weiß ich nicht. Ob ich es irgendwie anders hinkiege, weiß ich auch nicht. Also ich würde ja gerne wieder... Da noch ein bisschen mehr machen. Allerdings, ich glaube, das klappt einfach unter der Woche nicht, weil... Ähm... Allein wegen dem Upload und so von mir, das... Ah, Donuts. Oh. Scheiße, der hält aber nicht lange. Ja, komm, schieß. Da... Ach, jetzt? Bis erst, soll, danke. So, da bin ich ja schon... Okay, 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 ich muss da anders ran. Schon kapiert? Jagt mich doch. Ich sehe aber egal. Können wir vielleicht mit dem Ding da durch? Nup. Also ich wollte da drüber schießen, aber egal. Also ist die, der wirklich nur ein guten Kuss. Aber was guckt ihr den Kona hier schon, ähm... Also ich weiß, ich will das gerne etwas anders haben, allerdings. Allein der Upload ist bei mir so lang, dass ich das generell vergessen kann, wahrscheinlich. Also ich brauch so für eine Folge etwa drei Stunden, um die hochzuladen. Und da ist es halt... Und da ist es halt... Ah, so geht das. Wunderbar. Und da ist es halt nicht unbedingt so machbar, wie ich es dann hätte. Also... Also... Was wollte ich noch mal sagen? Ihr werdet es schon mitgekriegt haben, wie es jetzt mittlerweile abkommt hier auf dem Kanal, also... Keine Ahnung. Aber mir war es so, ich habe auch so ziemlich jeden Tag irgendwas dann hochgeladen. Also ich habe probiert am einen Abend irgendwie so mehrere Sachen hochgeladen. Soll ich dann im nächsten Fall ein bisschen hoch habe oder so. Und es kommt auch so echt nur ganz knapp hin. Also mehr als ein Video pro Tag und vielleicht mal irgendwie was, äh, bescheuertes für zwischendurch. Also... Äh, kann ich da nicht machen. Auch wenn ich es will. Also das jetzt irgendwie, äh, generell vom Let's Play zwei Videos am Tag mache, auf keinen Fall. What the fuck? Okay, da ist es noch in der Fall, ich habe mich ein bisschen mehr auf Spielkonten, das geht ja gerade ein bisschen, aber egal. Deswegen, aber ich bin schon so am Vorpulschen, dann jetzt, ähm, hochgeladen muss das Ganze auch irgendwann. Von daher sieht das so gerade etwas... Ja. Nicht ganz so prickelnd aus. Und dieser Upload, da können wir das alles schon so kaputt machen. Also ich glaube, ja, ein Video pro Tag, äh, kein Thema. Zwei, auf die Dauer unmöglich. Okay, das war doof. Ich weiß auch nicht mehr, was ich da hinten wollte. Ich wollte auch nur mal gucken, was da so abläuft. Also, ja, vielleicht mal auf das Spiel konzentrieren. Und ich versuche noch irgendwas anderes nebenbei zu labern, aber irgendwie, als Spiel gibt es ja nicht allzu viel her. Und ich wurde auch noch gefragt, ob ich, äh, nicht vielleicht mal hier Teil 2 spielen wollte. Ja. In, ähm, im Kommentar, wie ich da auch dran wollte, habe ich, würde mal sagen, das war ungefähr so in die Richtung, nein danke. So, äh, innerlich dann doch eher bloß nicht. Also das Gute ist, ich kann es auch gar nicht kaufen, das Spiel. Das gibt es nämlich nur, offensichtlich nur bei, ähm, ich weiß es noch mal. Also, das gibt es ja nur offiziell über Expos Live, scheinbar. Kann ich also total vergessen. Weil man muss mir das am Leben lassen. Also mir wäre es schon ganz verleben, wenn ich den jetzt hier entworren könnte, auf jeden Fall. Oh ja, die Rakete-Spiegel ist dabei. Ja, Kollege, festgab. Ähm, oh, wir haben ein Level geschafft, wunderbar. Äh, wo war ich bei? Keine Ahnung. Ich hatte keinen Plan. Wie ich schon, in der, die am, was Gott, ey, in der Kano-Folge gesagt habe, ich habe jetzt auch, was wir dann überhaupt mal wieder die Möglichkeit aufzunehmen, weil bisher hatte ich das Problem, hier war die Festplatte-Folge laufen. Äh, äh, was zum Teufel. Oh. Oh, Mann, das ist der... Oh, oh, oh. Also, ich saß hier gerade echt mit offenen Mund und dachte mir nur, er ist so, der fuck. Den kenne ich aus Teil 2. Okay, ich darf halt mal gucken, wo ich rumlaufe. Ähm. Das war auch in Teil 2, er ist eigentlich aber, er sah das schon ein bisschen kaputt aus. Und ich glaube, wie das ist hier passiert ist, das werden wir gleich kennenlernen. So. Auch irgendwie eine geile Attacke, hört sich cool an, aber naja. Ja, komm, ihr Kollege, du kannst uns doch gar nicht. Das ist so, wusste ich, dass hier ein Entweder kommt, aber vor allem, nehmen wir auch gleich so am Ende ist, wenn wir es also... Ähm, ich glaube, die muss ich irgendwas mitmachen, das wird sonst nichts. Da schießt die Dinger hier ja gerne mehr weiter. Ja, komm, gefährlich, äh, baller dir mal die ein oder andere zurück oder auch nicht. So, mit Ausweichen ist es nicht. Aber der Typ ist irgendwie ein bisschen zu groß für das, wenn du so wie es aussieht, so von wegen, äh, Kanten, und so. Ich habe nicht gesehen, wo ich war, Entschuldigung. Ich muss wohl doch die Augen auf, äh, Herrgott halten, dann habe ich auch mit Stanz hier wirklich irgendwas hinzukriegen. Wie läuft der da hinten rum? Ah, gut, hab ich mal getroffen. Das ist aber eigentlich, dass es nicht so, wie man sagt. Also, in Teil 2 war schon ein bisschen lediglich. Und ich glaube, das machen wir ja auch gerade so ein bisschen dafür, sondern, äh, ähm, dein Fett wegkriegt. Und mal so ein bisschen den Neulwagen-Look los wird, der Kollege. Ja, komm, schieß. Ich bin bereit, ich bin bereit, ich bin bereit. Also, wie gesagt, ich habe eine neue Festplatte. Kann ich es erstmal wieder aufnehmen, ordentlich. Oh, was zum... Oh, muss ich da hoch? Oh, ja, ich muss da hoch. Ey, das war aber nicht nett. Das ist jetzt auch nicht, was da drüben. Ja, fuck, jetzt muss ich auf die andere. Ja, ja, komm, ich gehe schon rüber. Ich gehe schon rüber. Okay, es gibt so ein paar Sachen, mit denen habe ich nicht gerechnet, aber... Kommt halt vor. Shit, hey. Ja, komm, da oben küsst du mich nicht mehr. Ich nicht, aber schon. Haha. Ja, danke. So, ich hoffe, dass du jetzt eine andere Fette machst. Also, das kriege ich ein Problem. Huch. Achso, der schießt da die, ähm, Klinge in Brand. Aber erstmal die anderen Wissenschaftler. Äh, 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 was machst du da? Hä, hä? Was hätte da jetzt machen sollen? Hätte das mit den Raketen sitzen müssen? Oh Gott, das geht hier von vorne los. Das ist super. Na ja, das wird wohl eine leckere Geschichte. Ja, komm, schieß, 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 ich bin bereit. Oh, das ging daneben. Das ging so ein bisschen daneben. Ja, komm. Hey, kein Theater. Das ist keine Rakete. Ey, der ist so klein. Kann man da nicht irgendwie ein bisschen mehr herantreten. Also, wegen der Größen einordnen, das ist schon... Finde ich schon krass. Wie klein die Figur hier ist. Also, das ist in anderen Spielern aber nicht so extrem. Ja, komm, und... Also, da muss er echt... Das ist jetzt so ein bisschen, finde ich. Also, das ist schon... Die Raketen im Auge zu behalten und sich da selber noch irgendwie... Das gelingt mir gerade nicht ganz so gut, aber das na ja. Ja, komm, schieß, ich grüß nochmal. Komm, was da fliegt, ja. Außer vielleicht Levelskip und... Ups. Na ja. Ja, Levelskip, also, ich... Mir wurde ja schon mehr oder weniger freundlich von dem einen oder anderen gesagt, hier, fragt es dir ja nicht. Äh, vom... Mir wurde auch schon mit einem Militärschlag gedroht. Also, was heißt Militär? Wohl, er hat Treepatär. Allerdings, ähm... Habe ich das schon einigermaßen gekontert. Der ist jetzt nämlich nicht mehr ganz so gut. Ach Gott, ey, was ist denn aber hier? So, in der... Blüte seines... Noch nicht untoten Lebens. Äh, ich hab ihm einfach mal einen Dickelkicks angeboten. Keiner, oder wir wissen, was das bedeutet. Oh ja. Ne, super cool. Ne, ich... So an zu... Oh Gott, also, wie kittigt das hier gerade? Aber mit Entreden habe ich eh keinen, äh, großen... Äh... Au, fuck. Ich hätte doch erst bis zur Wand müssen. Ja, das sieht sich hier so ein bisschen. Ja... Ja... No, verdammt. Wir könnten wenigstens so ziehen, dass wir dahin zurückziehen, woher gekommen sind. Ja, Kollege, mit deinem komischen Angriff, äh, machst du den immer selber kaputt. Außer mit diesem komischen, äh, wegschnitzen, das, äh, war gar nicht nett. Ob ich da einfach in der... in der Zeit sploten muss, oder die da dran springen? Oder die da dran springen? Also, derzeit... Also, irgendwann will ich's noch rauskriegen. So. Ah, hier kommt... Doch, sehr cool sogar. Ja. Wie gut ich mich da am Anfang einfach daneben gestellte, und nach dem Motto, ja, der ist so doof, der schießt dann noch nicht mal ein bisschen direkt, hm? Ah, 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 ah. Okay, die... Die Flapfen war ich verpasst. Nein, nein, nicht cool. Und cool. So, jetzt bin ich drauf. So, jetzt sagt, erwischt. Ah, verdammt. Okay, da bin ich nicht erwischt. Okay, das ist gut. Ähm, ich sollte vielleicht in die andere Richtung sein? Sollte ich nicht, sollte ich nicht, sollte ich nicht. Ausgang, das überlegt, andere Richtung, äh, erst jetzt. Bewege dich, bewege dich, bewege dich, los, Herr Werd, lauf! So! Oh, cool, da schießt auch in die andere. Okay, damit kann ich nicht. Komm rüber, Plattform. Float, bloat, bloat! Fuck, ey, das war knapp. Ich hab's zwar kaum gesehen, aber das, was ich gesehen hab, war knapp. So, jetzt kommen wir, glaube ich, nochmal die Raketen, und dann kommt dieser unschöne Finger. Ja, und ich glaub, da muss ich mal dran sprechen. Boah, ach nee, erst mal schmeiß dir so ein paar... Müssen ich doch drauf. Sag mal, Kollege, solltest du die nicht vielleicht beschützen oder so? Ja, komm mit Missles, Missles sind gut. Missles kriegen, tut dir immer weh als mir. Das finde ich so. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und jetzt kommt gleich wieder die Attacke, mit der ich nicht umgehen kann. Wow, okay, das ist in Ordnung. Ja, komm, äh... Sind ja nur deine Schlussbefroren, denke ich mal. Ja, komm, Missles, Missles sind weiterhin. Oh! Oh, ich glaube, jetzt... Hä, warst du das letzte Mal auch schon so lang? Oh. Hä? Bin ich gestorben? Das darf nicht wahr sein. Aber ich würde mal sagen, das sehen wir uns in der nächsten Folge weiter. Ich mache hier mal Pause. Boah. Wieder mal ein Entgitter, wo wir einen länger verbrauchen. Aber das, äh... Wie gesagt, nächste Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.